Das ist wirklich heftig. Der Weltklimarat hat sich bei seinen Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels offenbar deutlich verschätzt. Im schlimmsten Fall könnte er schon in 80 Jahren die 1-Meter-Marke überschreiten. Das zeigt jetzt eine Studie für die weltweit Fachleute befragt worden. Der dramatische Anstieg des Meeresspiegels wird durch den Klimawandel ausgelöst, denn der befeuert die beiden wichtigsten Faktoren, die zum Anstieg der Ozeane führen. Wir erklären, was diese Faktoren sind und welche schrecklichen Folgen der Anstieg des Meeresspiegels auf der ganzen Welt haben kann. Klicks um Nature gibt's montags, mittwochs und freitags umfassend recherchierte Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts, los geht's! Herzlich willkommen! Wir sind übrigens Teil der Bildungsinitiative von Fridays for Future. Wir bilden Zukunft, unter diesem Hashtag findet man weitere spannende Inhalte. Der Weltklimarat ist eine Institution der Vereinten Nationen, für die forschende weltweit aktuelle Informationen zum Stand der Klimaforschung sammeln. Fundierte, anerkannte Veröffentlichungen sind dann die Grundlage für wissenschaftsbasierte politische Entscheidungen. Auch für den Anstieg des Meeresspiegels gibt der Weltklimarat Prognosen ab. Aber die aktuelle Prognose scheint ziemlich daneben zu liegen. Demnach würde es bis 2100 im schlimmsten Fall zu einem Anstieg von bis zu einem Meter des Meeresspiegels kommen. Der schlimmste Fall meint damit das Szenario, in dem wir es nicht schaffen, den globalen CO2-Ausstoß zu minimieren. Aber eine aktuelle weltweite Umfrage unter Expertinnen und Experten hat jetzt ergeben, dass diese Prognose wohl deutlich zu vorsichtig sein könnte. Von den 106 Befragten rechnen viele Forscher damit, dass bei einem gleichbleibenden Treibhausausstoß die 1 Meter Marke bis dahin sogar überstiegen wird. Bis 2300 rechnen sie sogar mit einem Anstieg von 5 Metern. Der Anstieg beschleunigt sich im Laufe der Zeit also auch noch drastisch. Das war mit einem Blick auf die Vergangenheit auch in den letzten Jahren schon der Fall. Studien belegen, dass es zwischen 1991 und 1990 einen Anstieg von 1,4 Millimetern pro Jahr gegeben hat. Seit 1993 können die Meeresspiegel durch Satelliten weltweit noch besser beobachtet werden. Und ein aktueller Vergleichszeitraum von 2006 bis 2015 zeigt einen Anstieg von rund 3,6 Millimetern pro Jahr. Damit ist der Pegel in den jüngeren Jahren zweieinhalb Mal so schnell gestiegen. Das klingt erstmal nach wenig. Es läppert sich aber und es werden auch immer mehr Millimeter pro Jahr der berühmte exponentielle Anstieg. Es wird immer mehr, mehr. Die Prognosen rechnen mit einem immer schneller werdenden Anstieg. Vor allem dann, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen nicht bald deutlich reduziert wird. Die Wissenschaft arbeitet bei solchen Trends übrigens mit einem Durchschnittswert, dem globalen mittleren Meeresspiegelanstieg. Korrekterweise muss man auch von den Meeresspiegeln im Plural reden und nicht von dem einen Meeresspiegel. Denn die Meeresspiegel steigen nicht überall gleichmäßig wie in einer Badewanne. Satellitenbeobachtungen zeigen, dass es sogar erhebliche regionale Unterschiede gibt. Anders als in einer Wanne gibt es Strömungen, die das Wasser mit unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichem Salzgehalt auf der ganzen Welt verteilen. Durch die ungleiche Verteilung der physikalischen Eigenschaften des Wassers kann sich der regionale Anstieg bis zu viermal so schnell vollziehen wie im globalen Mittel. Dazu kommt, dass schmelzende Gletscher an den arktischen Küsten dafür sorgen, dass die Massenanziehungskraft des Eises sinkt. Dadurch kann der Meeresspiegel regional sogar fallen, auch wenn er 1000 Kilometer weiter wieder steigt. Das ist besonders wichtig für die Risikobewertung der einzelnen Regionen. Und es gibt noch mehr Verblüffnissen. Nicht nur das Schmelzwasser der Gletscher und des Festlandeises in der Arktis und Antarktis lässt den Meeresspiegel ansteigen. Auch die sogenannte thermische Expansion ist mitverantwortlich. Nicht letztere ist ein physikalischer Prozess, der heute etwa 30 Prozent des Anstiegs ausmacht. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Fieberthermometer. Die Ozeane heizen sich auf und durch die erhöhte Temperatur dehnt sich die Flüssigkeit aus. Im Thermometer steigt sie im Röhrchen hinauf und in unseren Ozeanen steigt der Meeresspiegel. Dabei sind wir noch lange nicht am Ende der Ausdehnung angekommen, denn die Oberflächentemperaturen bereiten sich nur langsam in die tieferen Wasserschichten aus. Und es dauert noch Jahrhunderte bis der Effekt seine volle Wirkung zeigt. Und hier kommen unsere Treibhausgasemissionen ins Spiel. Denn durch die Erderwärmung erhitzt sich auch die Meeresoberfläche. Der zweite und heute wichtigste Faktor sind schmelzende Gletscher der grönländischen und antarktischen Eisschilde. Durch das Abschmelzen fließen riesige Mengen an Wasser in die Ozeane und lassen sie dramatisch ansteigen. Auch hier ist die Erderwärmung der Hauptauslöser. Beide Faktoren haben bis zur Jahrtausendwende gleich viel zum Anstieg beigetragen. Also das Schmelzen und die thermische Ausdehnung. In den letzten 20 Jahren hat das Schmelzen von Gletschern und Eisflächen jedoch zugenommen. Verglichen mit dem Zeitraum von 1997 bis 2006 hat sich von 2007 bis 2016 der Massenverlust des Landeises in Grönland verdoppelt und in der Antarktis sogar verdreifacht. Mittlerweile ist das schmelzende Landeis für rund 70 Prozent des globalen Meeresspiegelanstiegs verantwortlich und ist auch ausschlaggebend dafür, dass sich dieser Anstieg so sehr beschleunigt hat. Der Meeresspiegel steigt dabei nicht gleichmäßig an, sondern unterliegt auch Schwankungen und kann kurzfristig sogar wieder abnehmen. Auslöser dafür können zum Beispiel El Niño oder La Niña Phänomene sein. Diese treten etwa alle drei bis sieben Jahre im Pazifik vor den Küsten von Peru und Ecuador auf und führen dort zu einer anormalen Temperaturveränderung des Ozeans. Ein weiterer Auslöser können auch Vulkanausbrüche sein, die für eine kurzzeitige Abnahme der Luft- und Oberflächenwassertemperatur führen, was sich über ein paar Jahre gesehen wiederum auf dem Meeresspiegel auswirkt. Und sogar die Speicherung von Wasser an Land kann eine messbare Ursache für Schwankungen sein, wenn beispielsweise Stauseen aufgefüllt oder große Mengen an Grundwasser entnommen werden. Und noch ist der Gesamttrend für den globalen, mittleren Meeresspiegel klar steigend. Das zeigen sämtliche Studien zu dem Thema. Aber wieso gibt es so unterschiedliche Prognosen und wieso schwanken die Zahlen im Laufe der Zeit so? Das liegt an den Unmengen an wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die es für die Politik und letztlich auch für die Öffentlichkeit extrem erschweren, sich ein genaues Bild zu machen, meint Benjamin Horton von der Nanyang Technological University in Singapur. Deshalb hat er für seine aktuelle Studie die führenden Fachleute befragt, um ein breiteres Bild der Szenarien zum Meeresspiegel zu erhalten. Geht man von einem unverminderten Treibhausgasausstoß aus, vermuten die Forschenden bis 2100 einen Anstieg von 0,6 bis 1,3 Metern. Weitere 200 Jahre später schätzen sie einen Anstieg von 1,7 bis 5,6 Meter. Je weiter die Prognosen in der Zukunft liegen, desto größer wird auch die Spanne zwischen den geschätzten Werten. Denn mit der Zeitspanne wachsen auch die Unsicherheiten. Wenn die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten und die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau begrenzt wird, wird der Meeresspiegel nach den Aussagen der Forschenden im globalen Mittel etwa einen halben Meter ansteigen. Für 2300 liegen die Prognosen unter diesen Voraussetzungen bei 0,5 bis 2 Metern. Im Laufe der Zeit werden aber auch diese Werte wieder schwanken. Denn niemand kann vorhersagen, wie das Abschmelzen der Eisschilde in Grönland und der Antarktis verlaufen wird. Niemand kann zurzeit sagen, wie sich die verstärkenden Faktoren der Schmelze und des tauernden Permafrostbodens auswirken. Und das zukünftige Klima hängt maßgeblich davon ab, wie viele Treibhausgase wir Menschen noch verursachen werden. Doch das ist auch unvorhersehbar, weshalb die Wissenschaft auch nicht von Vorhersagen, sondern von Projektionen spricht. Die Berechnungen können deshalb immer nur Wenn-Dann-Rechnungen sein. Aber zumindest wird mit zunehmenden Datensätzen immer klarer, wie die Eismassen und auch die Meeresströmungen auf die Erderwärmung reagieren und die Projektionen werden immer genauer. Aber was besagen die Wenn-Dann-Rechnungen für die Auswirkungen, die der Anstieg der Meeresspiegel für uns hat? Die ersten Folgen machen sich schon jetzt bemerkbar. So müssen Bauern in Bangladesch bereits ganze Landstriche aufgeben, weil das salzige Meereswasser in die Brunnen eindringt. Und die Bewohner der tiefliegenden Inselstaaten wie Kiribati, Tuvalu oder Fidschi sind wie auch große Teile der Malediven-Atolle akut gefährdet. Hier plant die Regierung schon seit Jahren die Evakuierung der kompletten Bevölkerung nach Indien, Sri Lanka oder Australien. Doch dafür muss dort Land gekauft werden und das kann niemand bezahlen. Die Hälfte aller Menschen lebt weniger als 100 Kilometer von der Küste entfernt, weil gerade Großstädte in Küstengebieten wachsen und der Küstenraum intensiv genutzt wird. Das macht die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Ozeane so bedrohlich. Am gefährlichsten ist die Situation für Städte und Siedlungen in Küstenregionen, die potenziell von schweren Sturmfluten geflutet werden können und darauf oft nicht vorbereitet sind. Aktuelle Studien betrachten den Meeresspiegelanstieg in Kombination mit den Szenarien für Sturmfluten, um besonders gefährdete Gebiete auszumachen. Daraus geht hervor, dass bis 2030 die Zahl der Menschen, die davon betroffen sein könnten, in Asien am höchsten ist. Ab 2060 verlagert sich das höchste Risiko durch Bevölkerungswachstum und die Verstädterung des Küstenraumes nach Afrika. Darunter besonders Ägypten und die Länder südlich der Sahara in West- und Ostafrika. Doch nicht nur Überflutungen sind eine Gefahr. Auch die zunehmende Küstenerosion wird zum Problem. Diese entsteht durch eine stärkere Wellenwirkung und höhere Wasserstände im Flachwasserbereich. Außerdem dringt nach und nach Salzwasser in das Grundwasser ein und sorgt für eine Knappheit des Trinkwassers. Auch die Bewässerung von landwirtschaftlichen Nutzflächen wird so mit steigendem Meeresspiegel in vielen Küstenregionen immer schwieriger und irgendwann sogar unmöglich. Das führt auch abseits der Küsten zu Problemen. Denn Nahrungsmittel können knapper werden und Küstenbewohner werden ihre Heimat verlassen und ins Landesinnere fliehen müssen. Mitte des Jahrhunderts könnten schon 450 Millionen Menschen an den Küsten ernsthaft bedroht sein. Was kann man bei solchen dramatischen Zahlen überhaupt tun? Der wichtigste Aspekt ist natürlich eine engagierte Klimaschutzpolitik, um der Katastrophe Einheit zu gebieten. Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit sich zu verteidigen. Schutz können zum Beispiel Deiche, Speerwerke oder Dünen bieten. Außerdem muss man sich anpassen und zum Beispiel neue Bauwerke planen, die Überflutungen standhalten können. Es gibt auch die Option vorzudringen, das heißt Landgewinnung zu betreiben, also das Aufschütten großer Flächen an den Küsten. Als letztes bleibt da nur noch der Rückzug und gefährdete Küstengebiete müssen aufgegeben werden. Konkrete Küstenschutzstrategien werden über kurz oder lang auch in Deutschland benötigt. Denn die Nord- und Ostsee sind ebenfalls bedroht. Der Anstieg der Meeresspiegel entspricht hier etwa dem globalen Mittelwert. Und der Küstenschutz muss dringend an die aktuellen Projektionen angepasst werden. Aktuell fließen dafür schon große Summen. Verantwortlich für den Küstenschutz sind die Länder und der Bund, der bisher 25 Millionen Euro pro Jahr für die Küstenschutzmaßnahmen der Länder in die Hand nimmt. Allein Niedersachsen gab 2019 fast 62 Millionen Euro für den Bau der Festlanddeiche, der Schutzdeiche und der Küstenschutzanlagen auf den Ostfriesischen Inseln aus. Schleswig-Holstein hat seit 2001 mehr als 200 Millionen Euro investiert, um seine Deiche für die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten. Und auch Hamburg investiert pro Jahr rund 20 bis 30 Millionen Euro in den Schutz vor Sturmfluten. Nur da muss man halt sagen, die Elbe ist ein Fluss. Da kann man schwer den Fluss vom Meer abtrennen. Also der Schutz hier in Hamburg zum Beispiel ist extrem kompliziert. Dennoch besteht noch in allen Regionen dringender Handlungsbedarf für weitere Vorsorgemaßnahmen. Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, wo es einige nur unzureichend geschützte Gebiete gibt. Und die gibt es auf der ganzen Welt. Es ist alarmierend, welche Prognose die weltweit führenden Klimaforschenden in der neuen Befragung geben. Und bedenklich, dass der Klimarat seine Prognosen nicht zum ersten Mal nach oben nachjustieren muss. Es ist, wie bei allen Klimathemen, ein Wettlauf gegen die Zeit, den wir selbst verursacht haben und ein Weckruf, es jetzt besser zu machen. Stefan Rahmsdorf, Co-Autor vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sagt, Was wir heute in wenigen Jahrzehnten tun, wird den Anstieg des Meeresspiegels über viele Jahrhunderte bestimmen. Aber das sind auch gute Nachrichten. Wenn es um Treibhausgasemissionen geht, haben wir es selbst in der Hand, wie sehr wir die Risiken für Millionen von Menschen an den Küsten der Welt erhöhen. Von Hamburg bis Shanghai und von Mumbai bis New York. So, wer bis hierhin geschaut hat, den interessiert das Thema wirklich. Also unbedingt Clicks from Nature abonnieren oder am besten uns noch mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Dann bekommt ihr die Videos werbefrei vor allen anderen. Oder bei Patreon, da könnt ihr uns auch unterstützen. Einen Riesendank an alle. Die Links sind übrigens unten in der Videobeschreibung. Und einen Riesendank an alle, die das jetzt schon tun. Ihr seid absolut die Besten. Bis dann. Bleibt dran.